Tja, herzlich willkommen zurück zu Max Payne. Ich hatte gerade so einen kleinen Exzess-COD1. Irgendwie muss man zwischendurch mal was anderes spielen. Und vor allen Dingen soll es hier ja auch mal weitergehen. Und jo. Wir wollen noch mal sehen hier. Das letzte Mal hatte ich glaube ich mit meinem AKG noch weitergespielt. Das heißt, die ganze Soundkulisse kommt noch mal komplett anders. Aber das wird schon klar gehen. So, ja. Ich hatte ja lange genug Pause und jetzt, keine Ahnung, müssen wir mal schauen hier. Ja, FPS Limit auf 70 reicht bei dem Spiel auch. Wunderbar. So, Freunde. Ich habe das Logo auf dem Boden schon mal gesehen. Unter dem Stahlwalzwerk befand sich ein alter Bunker. Ich kannte das Militärabzeichen auf dem Fußboden. Ich hatte tausend Variationen dieses Zeichens auf den verrotteten Ziegelwänden der Stadt gesehen. Anstelle des Schwertes eine Spritze. Projekt Valhalla. V für Valhalla. V für Valhalla. Das las ich wie eine gottverdammte Verschwörungstheorie. Achtung an alle Mitarbeiter. Die Selbstzerstörungssequenz wurde aktiviert. Begehen Sie sich umgehend zum nächsten Ausgang. Ja, geil. Ja, ich wusste, ich hatte irgendwie schlechte Erinnerungen an diese Mission. Von der ganzen Kulisse her. Und, ähm, ja. Naja, gut. Wollen wir mal gucken hier. Jetzt wird's dann so langsam auch echt richtig blind, ne? Scheint da weiterzugehen, weil das da grün ist, so wie dort, ne? Und da ist halt zu. Das wird hier genauso sein. Oh, da kommt mal ran hier. Passiert so erstmal nichts weiter. Okay. Abbruch! Abbruch! Die Selbstzerstörungssequenz ist aktiviert worden. Raus hier verdammt nochmal! Die ganze Anlage explodiert! Los, weiter, weiter! Habt, bewegt euch! Achtung an alle Mitarbeiter. Die Selbstzerstörungssequenz wurde aktiviert. Begehen Sie sich umgehend zum nächsten Ausgang. Ja, klasse. Da hinten ist die Buche zu, anscheinend. Gibt's hier kein Zeug. Na gut. Aber gucken darf man ja trotzdem mal, ne? Die Grafik ist echt schick, das kann sich echt sehen lassen. Ich weiß nicht, ob ich COD-1 vielleicht nur verkehrt konfiguriert hab, oder ob das jetzt an DG-Rudo liegt, dass er das, äh, besser hochskaliert und solche Geschichten. Dafür, dass das so alt ist und ich Balken hab, so wie ihr auch, ne? Unter mir, über mir, auf der anderen Seite, ist halt 4 zu 3 das Spiel, ne? Achtung an alle Mitarbeiter. Die Selbstzerstörungssequenz wurde aktiviert. Begeben Sie sich umgehend zum nächsten Ausgang. Begeben Sie sich umgehend zum nächsten Ausgang. Los, los, los! Los, los, los! Los, los, los! Los, los, los! scheiße ich seh nix wie mir vor der nase hemmo humpelt hier ist meistens a5 mit dem schnell speichern da gehts weiter hier nicht sappelt die das jetzt die ganze zeit die tür wieder auf weil da ne leiche zwischen ist ne leiche hier ist niemand oder vielleicht doch wie alles andere im fall walkir war mir der türkot ein rätsel ja dann da kann ich weiter und hier vielleicht ne hier ist das display kaputt da gibt es was pin required ja klasse immer dasselbe hier achtung an alle mitarbeiter die selbst zerstörungsfähigkeit also laboratorys da könnte man sich verschanzen eventuell die die chemiker hatte vor seinem druck die arbeitsstation benutzt die halbwert zeit der laborrate hatte online sein passwort blinkte noch auf dem schirm das ist 6 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 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 13 15 15 15 15 26 16 Hallo! Alles klar bei dir, Kumpel? Ja. Hm. Nichts nischt. Waren die Experimente hier, oder? Achtung an alle Mitarbeiter! Selbstzerstörung sind jetzt vorne aktiviert. Begeben Sie sich umgehend zum nächsten Ausgang. Ja, da kommen wir wieder nicht durch. Block A, da gehts also zu Block A. Wir sind glaube ich im Block B, ne? Gibt jedenfalls so aus. Ja. Ja, stehts auch an der Wand. An der Säule. Hey, Friedrich! Holen Sie mich hier raus! Ich bin unschuldig! Lassen Sie mich raus! Ja, das hebe ich mir auf. Ich möchte mich hier erstmal noch ein bisschen umgucken. Weil du bist mir hier zu Story und so. Ja. Ja komm, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Danke. Dachte ich hätte da drin verrecken müssen. Ich brauche Sie, um durch die Luftschleuse in der Entgiftungskammer zu gelangen. Sie sind verrückt! Der Schub fliegt in die Luft um Himmels Willen! Entweder das oder zurück in die Zelle. Sie haben die Wahl. Okay, okay! Ich tue's! Ich tue's! Oder zurück in die Zelle. Wie geil! Achtung, Sie haben alle mit Arbeit! Wenn Sie sehen, Sie haben die Artikel. Hart aber herzlich. Ja, dann mach mal dein Gemache hier. Dann... Probieren wir ein Script hier. Ich bin jetzt weg! Ich bin jetzt weg! Los, los, los! Der Druck war zu stark. Na super! Wo bin ich jetzt gelandet hier? Achso, ich muss erst wieder mit dem Fahrstuhl fahren nach Block B und naja gut. Da habe ich zuletzt gespeichert wohl noch. Rums! Ja, okay. Alles klar. Dann können wir ja auch direkt da hin. Ja, komm. Aber nicht so fettig. Ich gucke mich diese beiden Typen da umlege anscheinend. Naja. Lauf hier mal dein... ...script hier. So, dann spreche ich hier nochmal. Guck'n. Ich die Wumme und dann gehe ich da gleich voll drauf auf die Typen. Waaah. Ja gut, die waren jetzt nicht so schwer umzuliegen, ne? Das Gegenwohl. Okay. Achso, jetzt hat er mir geholfen, dass ich hier weiterkomme. Alles klar. Ja. Ja, guten Morgen. Solche Säcke, ne? Machen die den einfach fertig. Machen die den einfach fertig. Komme ich da hinterher. Bisschen was härteres hier mit Metall. Bisschen was härteres hier mit Metall. Nope. Okay. Dann schauen wir mal weiter hier. Junge, junge, junge. Hier brennt die Hütte, ey. Aber hier erinnere ich mich noch dran. Ich meine, das ist auch offensichtlich, wo man hier langkommt, ne? Pomp-Action-Shotgun, jo. Wieder ein Fahrstuhl, okay. Ja, dann lass mal sehen hier. Krumpl. 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 Ich saß mitten im tödlichen Netz des Falles Valkir. Ja, geil. Oder auch nicht geil. Aber das könnte geholfen haben, intuitiv, hier. Ja, okay. Aber besser als nichts, da. Ich werde jetzt bestimmt failen und dann gehe ich hoch, hier. Der Schirm des Labor-Terminals zeigte das Logo des Projekts. Streng geheim, Projekt Valhalla, US-Ram, Yggdrasil-Netzwerk. Valhalla, das Jenseits in der nordischen Mythologie, wo die mutigsten der Helden ihr Leben nach dem Tod in alle Ewigkeit mit Feiern und Kämpfen verbrachten und ihre Wunden Nacht für Nacht auf wunderbare Weise geheilt wurden. Valkir, Valkyron, die Jungfrauen, die die tapfersten Krieger der Wikinger auswählten und sie nach Valhalla führten. 1991, Forschungsziel ist die Erschaffung einer chemischen Substanz, die Ausdauer und Moral der Infanterie-Truppen verbessern sollte. 1995, Ergebnisse unbefriedigend. Projekt abgebrochen. Jemand hatte beschlossen, dieses kranke Experiment ohne Erlaubnis fortzusetzen. Projekt gefährdet. Daten nach außen gedrungen. Beheben Sie das Problem um jeden Preis. Sicherheitsstufe rot, autorisiert durch die Projektleitung. Feldversuch, Dosis für die verbleibenden Testpersonen verdoppeln. Subjekte beobachten und ihr Verhalten in urbaner Umgebung aufzeichnen. Der Einsatzort war meine alte Adresse in New Jersey, die Akte genau drei Jahre alt. Gerade wenn man glaubt, die tiefsten Abgründe des Schreckens erreicht zu haben, wird es plötzlich viel schlimmer. Wie sollte man die leise Stimme in seinem Kopf abschalten, die flüsterte, dass man froh sein müsste, dass deine Rache jetzt, wenn nicht schon vorher, auf jeder moralisch vertretbaren Skala zu rechtfertigen wäre? Diese leise Stimme bewies gegen jeden Zweifel, dass ich verdammt war. Hm. Okay. Die Frau mit dem Fennig absetzen war vor langer Zeit gekommen und wiedergegangen. Hier gab es wirklich nichts mehr. Der Name des Bunkers wurde zwar selbst erfüllend und prophezeitlich. Witzig, dass immer in diesem Story-Comic kommt, dass da diese Maus halt diese alte ist, die es damals auf Windows 98 schon gab oder sogar auf 95 diese 3D-Maus. Wie haben sie das gemacht? War da kein Copyright drauf oder sowas? Okay, da geht's also definitiv nicht weiter. Was? So, darf ich hier nicht failen? Komm, Arsch. Das wär kacke. Guck mal mal hier. Moin. Schon wieder ein Fahrstuhl. Na ja gut. Schauen wir mal. Rumpel, Rumpel. Wir laufen im Nirvana noch ein bisschen. Aber das kommt uns bekannt vor. Da haben sie ihn erschossen hier. Also geht's wohl hier weiter. Gut. Gut, dann. Ja, klasse. so bekommt man die tür auf jeden fall aus also kann ich sie nicht verhindern und geht rauf äh ja verstehe ach so das kann auch anders laufen fahrstuhl wahrscheinlich und dann komme ich hier raus oder was ja das geht unter mir alles hoch alter verdammte seuche du setzt ein puzzle zusammen und das endgültige bild zeigt dich beim lösen desselben puzzles ein verrückter kinder mit grünen augen steht hinter dir eine wirklichkeit gewordene großstadt legende die testpersonen des projekts waren haller waren die verrückten junkers die meine familie getötet haben der rest war einfache mathematik alles führte zu ihr miss walkie die fabrik ging hinter mir in einem blühenden inferno in die luft alle meine beweise waren tot verwandelt in rauch und asche ich hatte die orientierung seit millionen jahren hatte ich nicht mehr geschlafen ist das geil oder was ich fühlte mich dünn wie der tod ich hatte mich von einem endlosen vorrat wochenalter donuts ernährt sie waren der treibstoff für das verrückte höllenfeuer in meinem kopf seit ich unter die toten gräber gegangen war konnte ich mich nicht daran erinnern wann ich das letzte mal die sonne gesehen hatte mit der dunkelheit verwandelte sich new york city in etwas dunkles anders als in den alten songs von sinatra böse dinge geschahen in der nacht in den straßen dieser anderen stadt noir york city ich saß in einem 24 stunden deiner und trank literweise übel schmeckenden café eine neue nachricht von bb brachte mich wieder auf die spur des killers was zum teufel ist in der roscoe street passiert maxi ich bin in einer üblen lage wir müssen das besprechen heute nacht 2.30 am choir communications park aus je mehr ich über den mord an alex und über den verrat nachdachte desto mehr sah es nach der arbeit eines insiders aus bb hatte mich verkauft und jetzt wollte er beenden was er begonnen hatte die garage war menschenleer bb trug einen maßgeschneiderten anzug eine goldene uhr und passende manschettenknöpfe alles viel zu teuer für einen kopf dieser unverbindliche bastard er war so schuldig wie die hölle wofür zum teufel steht bb eigentlich betrügerischer bastard komm hör schon auf rauch ne zigarre ich rauche nicht maxi du hast ja keine ahnung wie groß die sache ist sie ist riesig ich denke schon du bist ein mieser bestechlicher kopf der seinen partner verraten hat die gangster in der subway waren ein geschenk schwer zu verfehlen ich wette mit alex war es genauso auge in auge das hier kannst du nicht gewinnen max nein aber ich kann dafür sorgen dass es auch niemand von euch tut es stellte sich heraus dass bb nur ein weiterer strom anbau ein mieser kopf der absahnen wollte ein feigling der sich aus dem staub machte und die drecksarbeit von seinen gorillas erledigen ja ähm hier machen wir dann erstmal schluss ne denk ich mal und ähm ja bis zur nächsten folge sag ich mal und ähm ja zum abschluss nochmal soll gesagt sein vielleicht versteht der ein oder andere warum ich keinen bock hab so wirklich auf neuere spiele jüngere spiele weil ja ihr habt es ja hier jetzt gerade selbst gesehen ich meine es ist halt verdammt geil gemacht also das kriegt man heute irgendwie nicht mehr nun gut haut da rein bis zum nächsten mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020